diesmal montaner black auch genutzt warum muss jetzt google jetzt ein update haben sind die bescheuert weiß ich doch nicht wie man das macht aber ich möchte gleich anfangen ob er dann rausfinden ich habe ja noch flüssig ist die video und war ja was ich habe schwerer kriegt sie bekommen ich bin 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 In 24 Minuten bis zur Runde 15 kommen, ja, ja, ja. Von Runde 10 aus bis Runde 15. Und bis Runde 10... Und bis... Und bis Runde 10 ist das ja auch möglich mit 13 Sekunden, äh 13 Sekunden, 13 Minuten. Dann machen wir mal. Dann fangen wir mal an. Nö, lass mal Musik weg. Mach keine Musik. Du kriegst keine Musik. Bitte. Nein. Oh komm schon. Och komm nicht. Oh bitte. Och nö. Mach auch gute Musik. Ja gut, mach Musik. Ja, Musik. Aber nicht zu laut, dass mir die Ohren wegplatzen, ey. Nein, niemals. Na Gott, oh Gott, oh Gott. Immer nur das Schlechte, das weißt du doch. Ein bisschen klein. Bist du nicht laut? Ja, wir platzen ja auch weg, Alter. Übertreib deine Lage, Junge. Ich kaufe mir glaube ich gleich schon die Pistol, ey. So, besser? Ja, so sagst du dir besser. Du hörst davon nix, finde ich gut. Ich hole mir gleich die Pistol, die ist sehr wichtig. Die ist nice, ne? Ja. Ja, mindestens die Unterwelt haben und darauf sieht gar richtig geil aus, ey. Da haben wir auch die meisten... Also ich muss auf jeden Fall Furiengesang haben, ja? 24 Minuten, 15 Runden, also gib Kette, Dennis. Ja, das war der richtige, Alter. Dennis, schneller. Halt die Backen! Dennis, meine Güte. Geht doch. Ja. Oh, nechst du, ey. In der letzten Runde hatten wir 4 Minuten und 60 Sekunden Gebrauch, um die Pistol zu beenden, also bitte. Sechste Runde, wenn ich bitten darf. Ja, dafür bist du sechste Runde. Das ist vollkommen egal, Alter. Aber jetzt verstehe ich auch, was die Zeit bedeutet, wenn man verrecken sollte. Das ist die Zeit, wie man einen Gebraucher für die Runden zu bekommen. Genau, konzentrier dich recht gut. Ah, wieder alle schnell gemacht. Ah, jetzt sind wir ein bisschen flotter mit der Pistil. Wir sind nah dran, aber ich fürchte, ich fürchte, das stimmt etwas nicht. Ich habe irgendetwas übersehen. Ah, das war die Nahkampfwaffe, dann geht's ab, Alter. Da hab ich dir was gezeigt, ne? Oh, das war geil, wenn man die Nahkampfwaffe hat. Aber man muss nicht unbedingt an diesen Platz hier gehen, aber hier hat er gesagt, das ist am einfachsten. Also muss man die 5 Runden, egal wo man erreichen, Alter. So wie der Typ gesagt hat, ja. Oh, okay. Alles gut. Oh, danke. Du machst aber. Alter, wo kommt der? Ich meine den anderen eher. Ich kann die Verteidigung machen. Denk mir auch mal aus mit dem Fenster, ey. Vielleicht kommt ihr mir zu ernten Freude. Also bis jetzt sind wir 2 Minuten, wenn du Specktafel drückst, dann siehst du die Zeit. Oh, links. Ja. Jetzt war aber 2 Minuten, 10 Minuten, also 10 Sekunden, war ich gut. Dort ist doch recht okay. Dort ist doch recht okay. Je schneller wir sind, desto besser. Haben wir noch ein bisschen was bauen. Na ja. Dann müssen wir uns aber auch gleich die Nahkampfwaffe versorgen. Okay. Dann einfach durchrennen. Überall. Alles wegklappen. Und dann müssen wir in 13 Minuten, sage ich mal, in den Raum 5 Runden auch beide überleben. Bis 110. Ich hab keine Muni mehr. Ich muss gleich Muni wieder kaufen, ey. Sag mal, guck mal. Sehr schön. Der Morph ist immer sehr schön. Ja, stimmt. Eine Rolle noch unterleben. Das wäre die fünfte jetzt hier. Ich glaube ich, dass das kein sehr spannendes Gespräch werden wird. Ich wüsste eine bessere Verwendung für mich. Das sind so wenig Leute, ne? Ja. Wir haben locker noch 2 Minuten Zeit. Das Schöne ist, wenn wir das geschafft haben, kriegen wir einen Erfolg. Das ist ja eigentlich ein Geheimerfolg bei COD. Ach, du meinst jetzt, wenn man alle Nachkampfwaffen hat, oder? Ja. Dann Speedrun oder wie das heißt, kriegst du einen Erfolg für 15G. Das ist der Geheimerfolg. Der Black Ops 3 hat ja 2 Geheimerfolge. In einem Lauf habe ich das. Warte mal, hier kommt hier ja auch noch ein Handy raus. Ah, hier kommt noch ein Handy raus. Bei mir ist kein Zombie mehr, oder? Guck mal. Ja, bei mir ist kein Zombie, dann müsste bei dir noch sein. Ja, bei mir kommen noch ein paar. Natürlich ist ja alles. Ja, schon. Ja, wirklich. Ich bin grad nicht erwarten Feuer drin. Mach so. Ich mach schnell die nächste Tür auf. Das Thema langweilig. Ja. Scheiß auf die gute Pharao-Kacke da. Brauchen wir nicht. Man hat die Ultima ultime Nahkampfwaffe weiter. Da ist die schon. Passt du doch nur 100 Dinge, hä? Das ist billig, ey. So, und jetzt können wir einfach Kills machen. Und sonst können wir auch weitergehen und schon mal Strohmann machen. Ja, wir müssen ja hier in die Runde... Müssen wir nicht hier eigentlich 5 Runden weiter überleben? Der Typ sagt, das ist egal. Okay, okay. Der Typ sagt, das ist egal, dann ist es egal. Strom eingeschaltet. Systeme Betriebsverwalt. Nexis! Ja, bitte, Punkte! Ich krieg das Maul, so. Genau wie in der Bar. Muss man das hier auch treffen, Alter. In der Bar haut man das mit Tromzen nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. War so auch schon knapp grad. Wohne Juggernaut ist echt ganz schön gefährlich, ja. Guck mal kurz Jugger, ey. Da muss mindestens sein, weil... Nahkampf ohne Jugger ist ein bisschen riskant. Das ist gleich in die Platzviecher. Ja, ja. Mein Gaumen ist nicht mehr das, was er mal war. Ja, wo ist noch ein Fambi? Ich weiß nicht, wo ein Fambi ist. Da komm, ja. Für den Schnell. 13 Sekunden, ja, aber nicht hier, sonst würden wir es mir... Ja, doch, jetzt doch hier. Ich weiß nicht, was die mit unseren Seelen im Schlüssel ist. Äh, wir waren mit der 2 Töpfich. 3 Sekunden. Da haben wir ungefähr 17, also... 12 Minuten für 10. Also für 11 Runden. 11 Runden, ja. 6 Minuten Zeit haben wir noch. Ja, das hast du dabei, das ist nicht sicher. Ich hoffe, in Runde 9 kommt kein Dings hier. Wreckst du hier, Alter. Da unten kommt welche. Ich hoffe, ey, durchraschen, dann ist alles wegkloppen. Mit dem Nahkampf ist das doch gar nicht mal so verkehrt, ey. Und wie schnell das geht mit dem Nahkampf, ne? Einen Schlag auf dem Chill, dann sind die Chill gespaltet. Und man macht da einfach unendlich Punkte mit, ey. Schreiner mit den Keiner. Alles dort hier? Na, warte mal. Hier unten will noch. Komm, 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 komm. Und das geile ist, ist wissen so wenig Leute davon, wie du schon sagst, ne? Ja, du redest vom Haus, also haben wir auch nur die leiseste Ahnung, wovon du eigentlich sprichst. Ich bin auch gleich noch mal, Mannkopf. Ich hab's immer aus der Asche. Ich hab's immer aus der Asche. Ich hab's euch nicht gesagt. Dort werden wir in Sicherheit sein. Für immer. Von Doktor Mann. Ich hab ruhig. Ich hab' auch Phoenix aus der Asche. Sehr gut. Ja, und Zombie, 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 Zombie. Klatsch! Klatsch! Bleib zu Hause, wo du hingehörst, da wieder ein Klatsch. Schraubenschüsse hat null, Munition. Ich war ja auch drungen, Ammonierte. Ah, kommt was auf. Ich bin hier oben. Möchtest du eine Lobatomie bekommen? Du bist auf dem besten Weg dazu. Ja, Runde 10 müssen wir ja auch noch überleben. Ja, elf Runden. Ja, in der nächsten Runde kriegen wir die nächsten Ahn-Kampfwaffe. Ja, in der nächsten Runde kriegen wir die nächsten Ahn-Kampfwaffe. Dann kriegen wir den heiligen, deinen heiligen Dolch dann. Ja, Mann, der Dolch ist schon ein bisschen geiler. Kommt der dann auch hier, oder was? Ja. Aber wie klappt das denn? Wir haben jetzt Schraubenschlüssel. Da schwindet dann der Schraubenschlüssel, oder wie? Ja. Ah, okay. Mann, beeil dich mal, du Scheiß-Bendie-Zombie, Alter. Schraubenschlüssel. Ich hab wirklich null Chance, Alter. Wenn nicht immer hinterherlaufen, Alter, kriegst du mir den Kopf noch. War doch schon, nee. Kommt der, es gibt gratis Raumschraubenschlüssel. Nicht einmal das Drachenfeuer. Etwas, sehr schön. Die Runde auch noch überleben. Naja, wir kriegen gleich die nächsten Ahn-Kampfwaffe. Bist du nicht hoffen, dass die Viecher kommen? Ja, hoffen wir mal. Geschafft? Ja, boah, ich hab's nicht gesehen. Nee, ich hab meine Herausforderung geschafft, dass man nicht. Mann, da muss mich nicht so erschrecken, Alter. Da nicht nur mal wegen raus, oder? Muss nicht vom Feierbaden. Muss nicht vom Feierbaden. Muss bis dem Feierbaden, weißt du? Ja, wir haben jetzt auch miteinander. Schaffen wir locker, Dennis. Die haben... Äh, mal Minuten haben wir grad mal. Glaub mir, ich wurde schon oft gekatzt. Aber jetzt, guck mal, ein paar mehr, Alter. Ich hab keine Zeit, dich langsam ausgerufen. Aber Schraubenschlüssel. Ja, der will jetzt schon mit dich. Ah! Auch wenn er nach den OP ist. Und mega OP, halt. Ich wandle auf dem Pfad der Erleuchtung. Vergeld man einfach, Marc, Alter. Ja. Jetzt mach noch mehr. Geschafft. Geschafft. Ageless. Ja, jetzt geht's ab, Alter. Heiliger durch. Wie viel müssen wir jetzt überleben? Wunde 15 bis 24. 24 Sekunden, ne? Äh, 24 Sekunden, ne? Äh, 24 Sekunden, Alter. Aber erst die Scheiß-Sicher töten. Ja, ja. Mal gucken, wenn die Waffe da bei denen ein bisschen OP ist. Aber ich bin mit lieber ne MH-H7. Also ist das hauptsächlich nur wichtig, dass man die roten Rechtszeige erreicht. So wie ich's verstanden hab, ja. Ja, siehste, wir haben ja schon total schön ausgekauft. Und hat ja alles so gechäft, wie es sein soll. Ey, die haben doch so schwach, Alter. Wenn man keine Doppelfeuer hat, ey. Geh mal die Arme abschließen, dann mach die selber kaputt. Ich geh schneller. Einfach elektrisierbar hier, Alter. Ja, da war er. Wir haben doch einen Speicher. Ja, da war er. Aber gut, wir müssen auf den... Ja, genau. Lachenpöcher haben, Lachenpöcher haben. Deadshot. Ja, tägliche Herausforderungen. Das find's egal, Dennis. Schau mal. Runde 15 bis 24 Minuten, okay. Das müsste eigentlich machbar sein. Aber das Ding finde ich nicht so gut. Ich finde den Sound scheiße. Aber egal, es macht Funke, das ist das Hauptsache. Guck mal ein paar mehr, Ysmail. Mit so einem Schreiner, ne? Lass ihn immer liegen, bitte. Ja, kann nichts dafür, wenn ich Messer halte. Ja, stimmt auch wieder. Kommt ja alles beim Messern. Ja, ich hab Wipp-Filmmacher. Ja, ich hab der Job bekommen. Willst du ganz nach oben gehen mal Punkte machen? Ja, sag mir mal. Ich hab der Job bekommen. Einfach hier immer hin- und herlaufen. Oh, ist ein Scheiß-Roboter, Alter. Ey, ich will keine Minigall, ich will den Nahkampf haben, Alter. Nimm mal die Minigall und mach den Scheiß-Roboter damit kaputt. Ja, hab ich jetzt weggepackt. Kann ich nix für. Da hast du vorsagen müssen, Alter. Problem. Das hängt mit ihr, keine Panik. Ich hab Doppel-Feuer gekriegt. Ja, Mann. Ich glaub, das lade ich sogar bei YouTube dann hoch, Alter. Oh, drei Waffen war das Beste. Hab ich auch, Alter. Ich hab zwei Runden, Junge. Wann waren wir ungefähr hier fertig bei dieser, ähm, eine Runde? Ungefähr von der Zeit jetzt her? Ich glaub, acht Minuten. Nee, bei der hat Feuerring, meinst du? Nee, bei der anderen, wo wir die zweite Waffe hier bekommen. Zwölf Minuten. Okay, dann haben wir noch genug Zeit. Weil dann kann man so raus machen, wenn das ja mal was auch. Ja, ich hab' mir mal kurz übernehmen. Ja, ja, ein Zombie elektronisiert. Du warst genau, der ist ja so fasziniert. Du warst ja so fasziniert. Du warst ja so fasziniert. Du warst ja vorher nichts. Ja, ich sehe nichts mehr, oder? Scheiße, den P-Zornbieter, ich habe euch. Ich hab' euch. Ich hab' euch. Ich hab' euch. Ich hab' euch. Ja, Ba-la. Als halt... Und es braucht das schon sehr leicht der Lum studying. Für wonderful. Hatte ich mal reden. Ich hab'ohin' die Falle ammachen, ey. Habe ich gerade. War das auch für Falle. Ey, W lautück sistema. Ponzi Prozdo! Ich ... Weil ich faire rennen, das war ja mir Micro Verl진. Oh jetzt Fettsack! Sein Tod! ospsaft! ich habe mich dann noch kommen dass das waren wenn es nicht mehr sein ja klar der aufschneider alles da habe ich nur neu zugeordnet alle hinrichtungen hier hängen richtung methode also wenn das schon op ist dann ist der furiengesang noch besser alter ja bis 130 wurde ich habe diese dinge haben wir auch kann mich aber um den mittels die radkommend meiner studie besorgen ich hab was kam er mit dem p er hat aber ich hab nicht von hier ja klar alter wo ist das kack fies alter schweiz ist ich kann gerade nicht hatte es gibt es gleich sofort wenn die zombies zu vorne weg sind aber jetzt muss jetzt muss angepasst werden dass die batterie fast erst er alle die halten noch mindestens 15 minuten oder so ich muss mit der bau und kommen mit universum ist in stücken unterbrochen dafür sei zu einem nicht unwesentlich ich bin ich bin ein Gelegenheitstrinker das hier ist eine Gelegenheit hinter der Gedritel ich bin auch zu wach phoenix an hab ich sehr schön für diese action brauchen auch phoenix ja wie ich daneben besser das ist total genau in der falle gerät alles gut bei dir es ist ein bisschen gewerkschaft oder da kommt bitte was ist damit aber mal packen wir auch das alter warum versuchst du es weiter es ist sinnlos eure hartnäckigkeit ist wirklich lästig gut sterb ich will ja nicht die letzte nahkampfwaffe haben er muss noch ein letzter zombie ich weiß nicht wo aber wo ich will suchen ja hier einmal sehr schön ja boah das ist ein feuerwerk Axt haben wir jetzt ja man jetzt geht ab das heißt wir brauchen nochmal irgendwie wir müssen noch ein paar kills machen dennis wie lange und was ähm da hat jetzt da hat jetzt einer gefragt wegen dieser bei 4 grad hat diesen Dolch ähm da muss man von Runde 10 glaub ich ne was ne ja ne warte mal von Runde 6 bis Runde 10 muss man in 13 13 Minuten äh zombies killen also da muss man die Runden geschafft haben das war ein wenig zu ja man kann sagen man kann sagen in Runde also wenn man jetzt Alter das Ding ist so geil Alter ich liebe Feuerwerks nein voll daneben gehauen scheiße es gibt gar nicht nur Furiengesang nicht vergessen ne ja ich weiß aber nicht wann die wenn man die bekommt Runde D Runde 20 bis Runde 20 wahrscheinlich und dann Runde einfall ja und dann 30 Minuten das ist eigentlich kein Problem sein also jetzt müssen wir jetzt Furiengesang haben wollen ähm da hat sich ja mein Kollege Kirschma sich ja ein bisschen informiert müssen wir jetzt von Runde 16 die andere nachkauf habe ich auch noch ja ich nicht mehr hinter der ja du hast noch diesen drei Waffenpöp ich bin weg alter ah cool ja klar lauf ok loops ah ja muss man den kannst du drehen alter wie Kung Fu Heini ah ja ich kann das Ding im Online Modus ah ja du kannst du mir sogar in die Mengen reinhauen du kannst du mir sogar in die Mengen reinhauen ich kippe mal vor allem guck mal hier hab ich grad gestanden der ist hier guck mal ach so ok hier hab ich grad gestanden einfach nur so gemalt Alu-Müll-Gib ich hätte geben wir was wir nimmst du gesagt der hat schon alter aber leider funktioniert Ding ja nicht ne mein Messer funktioniert doch nicht Ding ist tot ach das Ding ist schon mega op alter ja man ey die Axt ist ein bisschen schneller na komm als er deutsch einfach hauen da ist einfach hauen die Kim alle einfach in der Ecke sitzen ich bin gar nicht sicherlich 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 hab ich kaputt oh du gott schieß scheiß ich kann nicht wiederbelebt du blockiert alter ich hab keine Mutti das wird so wiederbelebt genau findest du an mir so faszinierend ja man scheiße scheiß die Anne alter aber die Naka waffen sind so OP Chris macht auch mega spaß sie zu machen ey insgesamt haben wir überlebt 22 minuten ach du heilige Töcke alter dann machen wir nochmal machen wir gleich nochmal noch ne One Runde hier mit den Nahkampfwaffen alter dann könnt ihr auch sehen wie das gemacht wird ja wenn ich also so bei Youtube hochladen für Leute die sich dafür interessieren dann passiert dann kriegen die schnell ach müssen sie es nur so nah machen dann passiert das dann geht da dann klappt das für Leute die vielleicht auch mal in Zominmos ein bisschen Nahkampf machen wollen nur leider schade dass es nur bei dieser Map geht ey geht halt nicht überall leider ne 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 gleich hinterher machen und start in und start in start in start in oh es hat warm alter scheiß Sonne ey das soll ich den nächsten Tag immer noch wärmer und dann gibt es Gewitter aber ne geile Idee von Twerk ey also kriegt man dann bei 21 die Furien Gesang ja armer shit alter das ist doch das ist doch mal richtig nice alter Furien Gesang hab ich noch nie gehabt aber das Ding ist ja richtig OP bis weil du da noch schneller neifen kannst als mit den Uglis den Dolch sag wenn es los geht ja es geht gleich los es geht los es geht los also ich mach gleich mal Fenster zu das Ding und vor ach ja nachher nicht jetzt aber noch später sag ich einmal die Waffe kaufen ja ich bin Takeo so das wichtigste ist natürlich die Zomis Runde 6 ok bis Runde 5 alles schnell töten und Runde 6 kriegt man die ersten Nahkampf aber die kostet dann 100 Punkte nicht lange rum und rum reden einfach alles füllen was solche und dann kriegt er es weil man hat gesagt in der ersten Runde hat mal 5 Minuten in der zweiten Runde hat mal 13 Minuten und in der nächsten Runde hat mal 24 Minuten um die Waffe um die dritte Waffe zu kommen und dann hast du glaube ich 30 Minuten glaub ich ja die erhöhen sich ja mal ein paar bei mir ist keiner ok da musst du unten rein ach bei dir waren die alle ok und am besten macht ihr das da mit euer Kollegen oder Kollegen weil dann geht es ein bisschen flotter je mehr Leute ihr dann euer sag ich mal Playstation Party Steam Up oder so wie man es so nennt vor PC oder bei der Xbox Live Party desto schneller geht das das stimmt etwas nicht ich habe irgendetwas übersehen es gibt ja auch schon viele Gerüchte dass das letzte DLC wahrscheinlich ein reines Zombie-DLC aber das weiß noch keiner genaueres weil die haben da irgend so ein Poster entdeckt wo sag ich mal es wieder geschaffen hat Alter 1 Minuten 30 Sekunden ok wenn ihr sehen wollt wieviel Zeit ihr braucht dann geht ihr einfach auf Blacksat dann geht das da oder eben auf der wo ihr dann eure Gruppe sieht und so weiter da läuft die Zeit ja und so läuft das dann ab jetzt wenn wir ihn haben wird er uns holen kommen Irgendwals haben wir jetzt bestätigt ähm egal in welchem Raum ihr seid ihr müsst aber diese diese 5 Minuten genau in 5 äh 5 Runden ne 6 Runden ne 6 Runden gibt man ja sagen wir mal 5 Runden müsst ihr überleben und dann kriegt ihr eben die Wasser aber das müsst ihr das ist egal in welchem Raum ihr macht die 5 Runden 5 Runden und die 6 Runden und die 5 Runden noch beendet dass die 6 Runden steht ah ok das ist meistens immer so scheiße man sagt immer man muss 5 Runden überleben in dem Sinne das heißt ja 5 Runden überleben das ist ja nichts ja aber du musst die 6 Runden noch beenden also die 5 Runden halt beenden damit die 6 Runden steht ja das wäre dann ja in dem Fall 6 Runden überleben äh 5 Runden überleben boah ey das ist voll jetzt ich muss gleich Batterien weg das ist richtig mieter das hätte ich vorher machen müssen pack wenn du dich gleich zu mir stellst kannst du das vielleicht machen wenn du willst ja musst du natürlich auf allen Fensten auffassen das ist richtig geht ja auch schnell jetzt geh mach jetzt go alles klar Batterien weg zick heilige Kreaturen du hast schon viele Wahrheiten erzählt Richthofen ich verstehe warum unser Schicksal miteinander verknüpft ist also er ist wieder da er ist wieder da hallo so an diese Runde muss man dann auch noch bennen und dann kriegt man die Waffe er ist die eine geheimen versteckten o K k k k k k K weil er noch kommt wir haben feuer hat einer und jetzt keiner mehr letztes an mir das war jetzt diese fünf Minuten für die fünfte Runde und jetzt geht es weiter und holen wir die nächsten Nahkampfer für die erste und somit geht es dann auf und rüber die meisten Punkte war ja was dort war hier kommt die Nahkampfwaffe und und die macht sehr lange instan bis die nächste auch erwähnen da jetzt müssen wir bis drüber machen gehen warte doch wir müssen noch einmal so wird man hier noch sehr gut mache ich mal schnell die zwei mich so lange noch dauern ich hau die nicht dauernd gerade die wir fahren die waren im Feuer da hau ich nicht drauf dann schmeiß Granaten rein ist ja vollkommen egal wie man das macht also ohne Jugger hau ich da nicht drauf erst kannst du aber, erst Jugger-Naden hast du noch Muni? äh Muni habe ich ja noch warum? oh ich hab deswegen weil die scheiß Sprengladung hier unten kommt ich hasse diese Viecher die ihr weg sprengen das tut dann, dass du mir den Arsch gerade schaffst oh Gott, warte, warte, warte er darf mal Juggeräuern, das ist immer wichtig bist du dann da wo du gerade warst? ja klar aber war gar nicht mal so schlecht wie wir es gemacht haben, ne? äh, in der letzten Runde war das richtig geil, aber ja, bist du mal jedenfalls bist du vorletzten Waffe gekommen aber die Axt ist auch schon geil, ja du weißt nicht, was er in der Vergangenheit schon alles durchgemacht hat hab schon wir müssen uns das ein bisschen schneller machen jetzt wir haben hier schon sieben ja, du darfst nicht bis zu 13. Minute rechnen, ne? wir haben vier Minuten für die eine gebraucht für die jetzt brauchen wir 13 Minuten, das wären bis 17 da ist nach 10 Minuten haben wir locker übrig ja, nach 10 Minuten haben wir locker übrig kriegen wir wohl einen Dachschaden hier, die Zombies sehr schön ey, ich will nicht wissen wie viel Kopfschmerzen die Zombies haben werden, ja Takeo ist wieso der geilste die beiden noch zuminein ich sehe alles läuft ja schön aber den kann man auch mal machen was geil ist, das wissen nicht so viele, weil die meisten wollen einfach nur zocken und wiedererlebt aber jetzt nicht mehr so nexus weiß das also ja jetzt haben wir noch so, noch neun Minuten haben wir noch locker noch weiter fuck 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 scheiße fettklo ich höre das beben ja bei mir und ich hab jetzt keine Muni, alter für die ich kauf ganz die Pharao er ist bei mir, alter er steht neben mir naja, jetzt kommt er zu mir, er ist zu dir runter soll ich mal kurz übernehmen ja nicht gleich, wenn ich da durchkommen sofort, warte also es wird ein bisschen nerviger das ist ein bisschen stressiger aber lieber der ich habe jetzt sagt ein dachscham bekommen ich habe aufs haus gekriegt ich bewahr es auf bis zu allen perks hast du nicht auf ich komme auch mal so in den kaum ein wenig auch da schon dass ich noch tierisch noch aber ich habe machen wir das machen machen wir mal den schraubenschlüsse kann ich gar nicht bei den schraubenschlüsse geht gar nicht schade du musst den schraubenschlüsse ausgerüstet haben und habe ich ja habe ich ja geht ja nicht okay schade wäre schon geil so gepanchte schraubenschlüsse alter die zombies kriegen alle bei mir vor so ein dachschaden also ich glaube ja bald kopfschmerzen beschweren sagt es nach letztem mal wo die typen die hatten die haben sie aus der kiste gekriegt ja ich dachte ja auch dass da dinge auf der küste kam ja nicht wissen dass dies nicht aus der küste gekommen ja ich hatte muni für meinen schraubenschlüsse wiederum ich brauche auch mal ehrlich ich Rappen Reifen und das so wie er eigentlich ist er verboten vor ich bin bei mir ist keiner mehr die Runde wird auch noch über die und danach kriegen wir die nächste Nahkampfwaffe danach haben wir 15 Minuten Zeit 15 der 24 bis nächsten stimmt 24 dann kriegen danach die Scheißwaffe des Todes ja der Dolch ist nicht so der Geist aber naja so kann man sich an die Nahkampfwaffen auch gewöhnen man traut sich nicht so ganz gut von mir obwohl man Jagat alter ich rutsche mal zu den hin und hau die einfach kaputt das mache ich wiederum nicht weil da werde ich wahrscheinlich mal hier treff hoch hallo wer jemanden aber da klappt 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 das ist einfach premium alter wenn die leute meinen online so vernünftig werden jedenfalls wissen wir wir können das auch im online schaffen das ist einfach der Nexos der 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 die Bühne hat er hat den schluckte aber auch diese komischen Hände alter das schluckt wirklich unverschämt hat er Schocker genommen nee nein ich hab keine nachher komm da meine Muni ist leer warte mach ich guck mal die Muni ich hab gerade auch verraue Muni durch ich hab mich sogar wieder alle bei den ganzen Strecksstückchen hier ja irgendwo ist bei mir noch ein Vieh ich weiß nicht wie gesagt das Alter will der mich verarschen da kommst du nicht weg ne ich schluck so unverschämt ne ach mal das Sound mach zwei Stück hier ach du scheiße wo bist du dann ein Hunter noch ist nicht so hässlich ich bin wieder keine Mühe alter brauchst du dir keine holen da war ich ne kurze Waffenverbesserung äh ja gut ich hab ne kurze Waffenverbesserung gemacht wer denn ach ok ok das ist ein richtiger Schlucker Kingfey ja Takeo du wirst Stimmen hören sogar welche die nicht immer zu ohhhh warte mal weil ich bin kurz da die Verbesserung kann ich mit meiner gefanschte Waffe ja rumballern die Deutsch mag ich sie wirklich nicht neeeesss hätte man sich besser vorstellen können ne sorry war ne fuck you alter die Ladung sowieso aufreißchen was du aufgebaut hast magischer Hammer ja bei mir äh ich meine warum komm ich nach oben Alter mit ich weiß Alter ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ja ich bin tot Alter warte fuck ja ich häng ich auch interessant kann ich nicht schießen ja du hast mich grad eiskalt ein bisschen blockiert was soll ich machen ja im Boden liege ey das brech jedes Mal ab wenn ich dich wieder belegen will ey komische Sache ey schön dass man hier ein kleines bisschen mehr Zeit hat da sind die so verkehrte und verreckt ja Runde 500 und Runde 60 kriegen wir durch Feuerwehr Axt Runde 500 und Runde 60 kriegen wir durch Feuerwehr Axt ah worum kommen die alle aber ein bisschen fett Sack ja ich bin tot durch den Fett Sack mach die Falle bei dir unten an bei dieser extremen Spannung die mich heute den ganzen Tag interessiert ich bin tot ich bin tot ich bin tot ich bin tot ja klar ja klar ja klar komm hier runter ja das Ding ich einmal bin ich tot und rot wieder wieder wehnerst zu kohle ich mach jetzt Granaten runter ne scheiße über ich mach so viel Granaten wie es geht das bis der absteuer ich muss genau auf den Boden ja klar im P alter Fick dich warum wollt ihr an den der Meer ja ja mal hinter mir alter ich bin euer Bimbo ich schlucken ey das ist unnormale ey du hast du ja den Shotgun oder so hörst du ja den weg endlich ja wo ist die Frage ja ohne ist doch die Anfang Shotgun oder nicht ich hab ich als in eurer Missetaten BO ich glaub nicht lass da unten den Shotgun Alter der Wand ja ja Shotgun äh damit kriegt die locker weg die Viecher der der erst gemerkt hat was er hatte als es fort war ich hab ich Jugger alter ja man endlich hast du ja Jugger alter ja schön dass wir soviel Zeit haben alter ja mein Gott noch nicht ja kannst du sogar gegen den großen Vieh nutzen die Shotgun ey oh einmal dort da dort müssen wir uns hier runter zu dir kommen da kommen grad ein paar er kann früh machen kannst du auch die Falle aktivieren hier hast du ja gar probleme hab ich grad schon schießt an der weiss ne Mob das geht nicht immer nur ums Geld jetzt schon aber nicht immer so können wir auch überleben eigentlich immer die Falle aktivieren äh schild zu machen äh wir machen jetzt erstmal wie der Titel schon sagt Nahkampfwaffen wir wollen erstmal alle Nahkampfwaffen haben die hier drin sag ich mal gibt irgendwo ist noch ein Zombie und schild das kann man jetzt mittlerweile jetzt nicht machen weil wir müssen erstmal die ganzen Nahkampfscheiße machen das Falle aktivieren Alter ich merke das das Falle aktivieren doch da ist die schon an ja hast du glaub ich noch anbekommen ja hast du noch anbekommen da hast du mich enttäuscht hast warte gleich aktivieren wenn da eine Menge Zombies kommen dann kannst du aktivieren ja ich höre meinst du Jugger noch das ist so viel Cola alter die brauchst du jetzt kommt die das ist die letzte Runde über den dann können wir voll weg sie ist ein bisschen besser und wisst ihr was ihr repariert es wieder tut am besten das was ihr immer tut hört auf Funksprüche und sowas ich helfe wo immer ich kann ah ladet noch auf hat eine Scheiße pass auf ich übernehme noch einen oah hallo let's move in Ruhe oh gott das ist fett los boah der Klub alter der Klub die Granaten runterwerfen Alter ich hab ich hab mein Leben für dich geopfert dass du durchkommst ich dachte ich hätte nicht warte gott warte gott warte gott voll Krollers gemeiler Anton kommt rutscht durch mit Vater an naaahhhhhh wei das ist scheiße man wir müssen sich konzentrieren ja wir haben davon auch konzentriert ey was los Nexus 9 für 5 Tode Nexus schäm dich so kacke war ich noch nie ach wir können das trotzdem machen ok oder wir bauen doch vielleicht noch den Schild auf Nexus so viel Zeit müsste doch eigentlich lange ne Nexus ich glaub brauchen tun wir den nicht ja von hinten ja gut jetzt hätte ich auch nicht gesagt wir müssen jetzt die 5 Runden nur mit Nahkampf machen wir können auch Schild nutzen für die für die großen Cybersolaren da naja nicht schlecht das Schlimmste ist wir haben einfach nur die Shotgun vergessen wir hätten die gleiche abfangen an kaufen müssen wenn wir tornten sind unsere Nahkampf erfolgen müssen machen wir glaube ich auch da nochmal so so jetzt nochmal hier ein Versuch noch wenn das dann nicht gebrauchen muss erstmal wieder konzentriert alter der nächste dann müssen wir mal konzentriert machen ne vielleicht konzentriert mit Ich könnte später auch mitmachen. Wenn du auf die Xbox sitzt, dann kannst du gerne mitmachen. Ich denke, Kyritschma und ich sind so am überlegen, ob wir nächstes Jahr vielleicht noch eine Playstation 4 noch dazu bekommen. Ich habe es mir im Kopf, dass ich mir noch eine Playstation 4 später holen werde. Stream macht mir auch eine Menge Spaß. und warum nicht ja noch auf der plätschischen vier haben und da sich noch mal wie mir das kann man ja aufziehen sich weil er hat ja auch der dominik hat tatsächlich auch nichts von und dann kurz ich hoffe wirklich das letzte der ziel aber erst mal nachher wenn wir noch mal versagen wenn man ein bisschen pause machen wir sind weil die zerstört bestimmt noch hunger hat heute noch nichts gegessen liegt wahrscheinlich daran dass er keine konzentration hat ich weiß woran es liegt ich zeig dir gleich woran denn wenn ich dir gleich weiter nichts an mich zu tun da bin ich das verstehe ich auf dem handy glöde ach so dann kommen wir wann kommen wir wieder ich glaube wir werden das mal bis was essen vielleicht noch ein bisschen ein bisschen in den pust gehen weiß man ja nicht vielleicht machen wir das ja noch mal ja du nicht oder alles da muss ich ja wieder mal alleine gehen wie immer kenne ich ja habe ich wieder alleine gehen der nächste lecker bock ich glaube wir kommen dann so ungefähr ja wenn wir Zeit haben oder wenn nächstes Kirschma Zeit hat keine ahnung man er will vielleicht will er auch gar nicht mehr ich will es machen mit ihr will ja auch nicht mehr ich will ja warum mit dem ich nie er hat gewertet er kann immer die von mir schneller heute noch weiß nicht warum ich die hier ist nicht lieber mich auch ich muss auf drei fucking zwei aufpassen auf zwei körperlich er ist nicht er ist markant wenn ich also der beste ist nicht überall über dir er hat Ey, ich hab mit der komischen Piste jetzt Grützentarnung erreicht. Schon lange. Ja, ich hab's mal mit Sonnenblumen gesucht. Entsieht scheiße. Ich habe gerade so wie gesagt, dass ich in den besten Listen überall überdebe. Ja, ja. Die Runde müssen wir da jetzt auch noch überleben und dann kriegen wir uns ja erst den Nahkampf. Mir wird unbedingt keine Zeit angezeigt. Mir wird da oben keine Zeit angezeigt. Nö. Wir haben jetzt Zeit. Drei Minuten und 32 Sekunden. Und das läuft fertig. Ja, da muss ich keine Zeit angezeigt. Na, kann ich da ja mal. Ich guck dir heute was drauf. Das wird schon. Keine Panik. Oh ja, und schmeiß ich mal Granaten rein. Maximal Ammunition! Maximal Ammunition! Also um Punkte zu machen, ne, ist die Pistole gar nicht mal so schlecht. Ich mein, weil ich zu den Punkten habe oder was? Nö, ich meine allgemein. Die Waffe ist echt extrem gut zu den Punkten machen. Oh, ne Morph, sehr schön. Ich sag, jetzt müsste die Runde vorbei sein. Doppel 20 Sekunden auch noch, sehr schön. Guck mal, dann kriegt man sogar 1000 EP. Kann man richtig EP fahren, Alter. Scheiße, ich muss wieder Prestige drücken. Kacke. Hier muss er mal Zombie-Pastige drücken. Machale, machale. Sock. Zombie-Pussy-Zombie. Zombie, noch einen Schlag, noch einen Schlag. Gut, dass ich das nicht alles selbst machen muss. Ich glaube, ich gucke schon mal die Schatty, Alter. Da muss man gleich mal bis zum Doppelfeuer kämpfen. Ich geh schon mal zum Strom hin. Das ist ja vollkommen egal, wo man da am Ende überlebt. Ja, solange man darf mehr Zeit schafft. Mach mal hier kurz. Die 1000, so wundern der Tür auf. Oder 1500, so wundern, keine Ahnung. Ist doch nicht egal, wer die Tür aufmacht. Dann kommt es sowieso wieder schneller. Dann habe ich eine bessere Schusslasser schon mal. Der Zombie kriegt nicht. Schack mal, der Scheiß-Zombie, Alter. Hast keinen Klatsch. Moment, hat jemand gerade Maxis gesagt? Klatsch, Klatsch, Benzinkel. Ich brauche keine Hilfe, aber ich lehne sie auch nicht ab. Mal kurz den Naga holen. den wo sie nicht so ein zeichen bringt ein scheiß träger kriegt schaden das eigentlich nur dafür da im anderen müssen dass wir für sie angucken kann dann finde ich das mit der feuerwerks ein bisschen gar da kannst du schon drehen aber ich habe schon aufgenommen ja das ja aber selber benutzt man nicht ja toll wegen drecksfeuer alter ich kotz mit dem es ist ein bisschen dreckskarte aufdreht diese dreckige drach immer runterkotzen muss ja jetzt nicht abbrechen ich habe dich wieder über fünf schreibern etwas vorsichtiger zu sein okay dann mach mal punkte und sind dagegen herum gejagt immer auf der suche auf der hd 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 gleich mal zumal GamerHT, genau, ich nenne dich GamerHT, gerade seit Jahr. Schraubenschlüssel, so, ist schon eigentlich eine geile Nachkommission. Ich weiß nicht, warum ich hier unten bleibe. Ja, aber wie kann ich beide hier unten rumeiern? Ich weiß, aber warum geht auch eigentlich? Vorne kommen dann die Zombies und die Treppe eben jetzt, die offen ist. Ja, und vorne kommen zu viele dann. Dann hat man die Falle. Du hast Geld davor ausgeben willst? Ich hab da kein Problem mit. Ich mach mal die Falle weg da. Ich sage, wir brotzen hier alle. Ich hab ein General gehauen. General, ich sterb. Generalzombie. Oh, shit, Alter. Zack und zack. Alter, die Waffen, die Nahkampfwaffen sind richtig, richtig, richtig nice. Heavy Rutschotting hier immer runter. Okay. Vielleicht willst du mir ja mehr zu deinem Endspiel erzählen. Hm, wir müssen uns ein bisschen beeilen, Alter. Oh, zu lange. Siegzeit nicht. Neun Minuten haben wir jetzt. Wir haben noch 13. 13. 13. 13. 13. 13 hast du Zeit. Dann nach 24, 30. Ach ja, bis 17 haben wir Zeit. War ja was. Bis 17 haben wir Zeit. Nicht bis 17 haben wir Zeit. Nicht bis 17 haben wir Zeit. Nicht bis 17 haben wir Zeit. Das ist. Die Falle kann ich nicht machen, ne? Die Falle kann ich nicht machen, ne? Wir waren auch, wir waren auch schon bei 14 gewesen und wir haben sie trotzdem bekommen Falle gefühlt ab. Okay. Hab ich. Okay. Hab ich. Ich hab schon schlimmere Typen gesehen, aber dort hinten war noch keiner. Ich weiß ja nicht wie du verraten bist. Tat das weh? Ich will es hoffen. Du redest von dem Haus, als ob du auch nur die leiseste Ahnung wovon du eigentlich sprichst. Das Haus? Hab ich es euch nicht gesagt. Dort werden sie in Sicherheit sein. Für immer. Ach nee. Jetzt kommt diese Scheißviecher, ey. Sohst du Streit, du Robo-Tentakel-besetzter-Baster? Können die mal ein bisschen schneller sporen? Danke. What the fuck, Alter. Ich hab mega geleckt. Ich bin ich Wände geflogen, Alter. Ich hab' ne Wiesel. Ich hab' ne Wiesel. Ich hab' ne Wiesel. Ich hab' dich nicht jemand verpissen müssen, Alter. Oh, ist schlimm. Oh, ich hab' schnellen Weg gefunden. Ich hab' ne Wiesel. 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 Und ich will eine klare Antwort sein. Und da dreizehn Minuten. Ich hab' ne Wiesel. Ich hab' ne Wiesel. Jetzt haben wir 24 Minuten Zeit, um das nächste zu kommen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin schon wie gleich. Bis... 15. Ja. Ah, 5 Runde, ich muss sogar mal berücksichtigen. Bis 32, glaube ich, ne? Ja, bis 32, aber dann, glaube ich, hab ich Zeit. Wenn ich mich da recht überlege. Ey, manchmal hab ich voll daneben, das ist nicht mehr normal. Oh Gott. Der ab. Der ab. Boah, da, was ein Move von mir, Alter. Ah, was hast du denn gemacht? Hast du denn wieder... Oh, Alter, wie viel... Ich schmeiß mal Granaten bei dir rein, ne? Dann kommen ein paar Zornis mehr. Was ist denn mehr willkommen? Die gerade müssen ansammeln da unten. Jetzt überlebe ich das nicht. Respekt. Respekt. Na, ob er das nicht, äh, sich übertreten, das ist ein Kölz. Lass ich noch liegen, erst mal. Ja, für die nächste Runde ist er schon. Ui. Ui. Naja. Aber Weckdick hat auch so ein Video noch nicht gemacht, ne? Äh, wegen Nachkampf machen oder so. Der macht auch gar keine Impfung-Videos mehr, so richtig hat er selbst mal gesagt. Boah, Midi-Gall, Alter, ist ja schön. Wir haben einen Töter damit, die alle. Ich habe mich jetzt nicht zedieren. Wir gehen halt raus und töten sie alle, ne? Da ist der Fat-Close, Alter. Da war der Fat-Close. Hinter dir. Kannst du, der Minigun? WTF? Wenn man da draufgegangen hat, habe ich mich zu Minigun gewechselt. Und ist wieder ein Fettsack. Okay. Fettsack da. Ich hasse im Waffen rumzeln. Was passiert, wenn man mir zu nahe kommt? Ich will es nicht aufhören. Ich komme jetzt auch mal an der Beste rüber. Naja, HK40 ist gut. Das war eigentlich. Ich war nicht verrückt, oder? Hätte meine HK40 weggegeben. Hände sie ruhig MP40 lassen können in den Namen, finde ich. Nein, HK40 oder die? Ich weiß nicht. Hört sich an wie Hacker des Todes, ey. Hacker-Gott. Genau, Hacker-Gott. Ich weiß, dass ich nicht Doktor Maxis bin oder so schockierig bin. Ja, Alter, ich hasse es, ey. Oh, der ist aber scheiße jetzt, Alter. Da kommt wieder Fettsack. Ich weiß es, ey. Oh, klar. Boah. Ich werde sterben. Nein, ich werde sterben. Nein, ich werde sterben. Nein. Boah. Das ist doch scheiße. Ja, wir brauchen echt mal Pause. Die heißt HK40. Ja, das ist mir schon klar, die heißt HK40. Ist eigentlich die Remaster-Version von MP40. Ist eigentlich die Remaster-Version von MP40. Gibt es auch im Multiplayer, aber da habe ich die Waffe leider noch nicht. Aber ich glaube, wir brauchen erstmal eine Runde Pause, weil der nächste hat keine Konzentration mehr. Habe ich aber nicht. Warum eigentlich nicht? Kann es doch nicht sein, dass es nur wegen dieser Dosen sind, ey. Nö, wegen der Dosen. Junge, ich habe seit fucking 8 Uhr nichts gegessen und ich habe mega Hunger. Ja gut, dann machst du dir was essen, dann sind wir spätestens um... Nicht KG? Ah, okay. Achso. Ich habe doch... Achso, HG. Achso, ja. Ich sage dazu, HG meistens. HK, HG. HG, 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 HG. Ist doch egal. Ich sage mal, wenn man für 40 dazu fertig ist hat. Ja, erstmal will ich Prestige drücken. So. Später wieder da und dann zocken wir weiter. Ich habe vier Flüssige die Videom gekriegt. Ja, gut. Ja, Prestige gedrückt. Was mache ich denn für ein Dauer... Guck mal, ich jetzt irgendeine Dauerwaffe, ey. Was ist denn da? Welche nehme ich da? Welche nehme ich da? Wird die einfach mal? Ja. Wird die einfach mal? Ah, da vier Stücke, ey. Das ist der Wahnsinn. Ich hoffe, ich kriege jetzt mal einen neuen Kaugummi. Natürlich nicht. Ich glaube, ich bin nicht. Ich habe nur Scheiße bekommen. Aber ich habe irgendwas mit extra Perk wiederbekommen. Und doppeldings. Doppelpoints. Hä? Achso. Ich darf jetzt die ganzen Punkte... Oh Gott, ey. Ich darf meine ganzen Kaugummi rein klatschen. Äh, nehmt ihr mal. Popshock ist ja nicht eine recht gute Sache. Die nehme ich mit. Doppelpoints. Wann auch gebrauchen. Ob das immer, braucht man nicht. Den hole ich noch rein. Den hole ich noch rein. Das hier. Oh, den nehme ich auch noch mit. Ah, da freue ich mich für ein Stück, Alter. So. Dann... Sagen wir dir einfach eine Stunde, Dennis. Oder so 15 Uhr. Was sagst du? Erzähl mir eine Uhrzeit. Gibt keine Opa. Ja, 15 Uhr sind wir wieder da. 15 Uhr. Geht doch Opi. Ja, du Opi. Du Opi. Na gut. Also Leute, dann bis um 3 Uhr. Spätestens um 3 Uhr. Vielleicht kann es auch vielleicht ein oder zwei Minuten verspätung kommen. Müssen wir mal gucken. Aber sonst immer pünktlich. Haut rein.